Servus Leute und Willkommen zu meiner siebten Hand in Apex Legends, diesmal wieder gemeinsam mit dem Martin. Viel Spaß! Skulltown! Sie ist zurück. Bestimmt! Hä? Ah, das ist jetzt aber schon ein bisschen block. Wieso? Wir sind auf Kingscannion After Dark und sie hat ja bloß das Skulltown auf den normalen Kingscannion hochgejagt. Hä? Ja, ist trotzdem auch so block. Es ist ja im Prinzip die gleiche Welt. Nur halt das eine ist dunkel und das andere ist eine Welt. Ja, aber es sind zwei Unterschiede. Es sind zwei unterschiedliche Welten. Ich meine es sind es nicht. Es sind die gleiche Welt, nur einmal Nacht und einmal Tag. Das ist absolut. Ähm. Ja, jetzt muss ich schauen ein bisschen mehr einfallen. Gut, kommst du mit hoch? Wow, ich habe nur die Damage gemacht gerade. Ständige Sache. Ja, und jetzt ist es wie in der normalen Form, äh, so in der Schatten. Warum? Wo kommt er denn her? Ja, die Klappe, ne, einfach hoch. Ja, mach dir meinen Fens kaputt, was soll das denn? Hier. Ah, gut, da wird darin angezeigt, wie lange es hin gefällt. Das war gerade das blaue, oder? Ja. 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 Ja, aber damit war's dann auch schon wieder mit dieser Hand in Apex Legends. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao.